Jetzt schön von Mino. Na, Langer schon ein bisschen überrascht, dass der Aufschlag so lang war. 4 zu 3. Nah dran zu bringen, jetzt der Fehlaufschlag. 5 zu 3. Wieder schön. Macht es hier Filos wirklich schwer. Und Filos kann er mit der Rückhand durchziehen. Ja, nicht so schnell. Über die Tischmitte. Jetzt geht er volles Risiko. Gut zum Ball steht. Langer Aufschlag. Aufschlag, Mino, Umsatzball. Langer Aufschlag. Superball. Ja, ganz wichtig jetzt. Ja, der kommt. Wahnsinn. Hat er sich verschätzt, Mino. Ja, das ist so ein... Ist auch versprungen. Gleich ein toller Start jetzt für Filos. Ah, schöner Block jetzt. Mino. Ja, Langer Stint Aufschlag. Mino eben. Ja, Wahnsinnsball jetzt von Filos. Vor allen Dingen der Ball davor mit der Rückhand, den er dagegen zieht. Big Point für den Marberzeller. Der Ball nicht im Spiel hältst. Ja, und jetzt der schlechte Return. Jetzt Glück. Ach, es war jetzt stark von Filos gemacht zu spielen. Überragend, was Filos hier wiederholt. Schöner Block hier von Mino. Oh, das war stark jetzt. Ah, mutig jetzt von Mino aber auch. Stark jetzt wieder von Mino, der sich pusht. Jetzt wieder Satzball Mino. Der nutzt ihn. Das ist gut geblockt mit der Vorhand. Ah, das ist sehr schön von Mino. Ah, leerer Aufschlag. Wichtig jetzt. Jetzt. Zu weit. Herr Stint Aufschlag jetzt. Gut geholt. Ja. Langer Aufschlag jetzt. Los, sicherlich. Langer Aufschlag wieder jetzt. Abwehr ein bisschen zu hoch wieder über die Mitte gegangen. Abwehr in die Kante. 5-4. Oh, das war ein schlechter Rückschlag von Mino und Filos Letz. Ah, dafür. Kann dagegen ziehen. Na die Kante. Ja, ja. Ja. ja nutzt diesen ja jetzt auch ja und dann nach der return wieder langer aufschlag dann über tischmitte den zweiten auch und sie wieder im spiel 5 1 jetzt macht er auch wieder den zweimal im schwamm wahnsinns ballwechsel jetzt kommt der flip ja musste ich jetzt weil er genau dreimal ja schöne aufschlag von mino erst überlegt hat mir voranzunehmen dann hat er einfach mit der rückgang reingepresst aber hat gereicht jetzt super durchgezogen er sieht ja so danach aus dass wir hier in fünften gehen noch ist es nicht so weit wahnsinns ball hier wahnsinn widerrufen filos eben wieder vor und übernimmt den ball streichelt ja zwei satzbälle nur noch für mino ja und er zeigt nerven hat mino den mut vielleicht wieder zu flippen nein passive annahme und er kommt durch schon einen satzball gehabt jetzt 4 oder 5 und man merkt sie mal an er probiert diesen flip und matchball für viele und dann kommt filos so zurück matchball jetzt hat er den mut und läuft rum hat wieder matchball unglaublich mino macht es wieder flippt und ruben filus macht hier das 1 zu 0 ja das tut weh sicherlich tut das wegen mino jetzt